so meine lieben freunde es geht weiter ok Prozent ja du warst dran aber du kannst gleich ich will noch gucken nein nein Spaß ich ist ja okay okay muss ich habe das Gegenteil bei der Gäste Marzela war es jetzt nicht an mir egal ich darf immer noch so ich werde ihn verprügeln ich weiß immer drauf ich habe sie an dem Spiel das ist so manche der Soundsoße wegen ich hatte es mal wieder auf warte warte jetzt kommt eine heftig ihr dreckigen Geraten ihr wagt es mir zu scherzen euch werde ich es zeigen du einbringst oder nicht ihr kommt hier nicht so leicht durch ihr kommt hier nicht raus niemals alle Mann bereit zu kämpfen guck mal wie er sich freut darüber ich gewinne oder ich verliere er ist aufs gift du aufs gummi hm ja du gewinnst aber er ist ja heftig als geht also als Charakter hier in er ist gut als ich hier ich wollte ihn gerade fangen ich habe ich verwechseln das ist ein bisschen ja es klar m havent ich z es ist eine Taktik oder das ja und dröhnen 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 weg mit dir das war immer noch nicht er soll sich angreifen oder das ist umfällig erst wenn er es beobachtet ja es kann die falsche Richtung Spaß bringen was wo auch die SOS schenkt es auch erst erst die das soll sie gehen ein Gericht der Verbrügel durchsetzt was wusste ja es geht mit dem sein Abwesen es geht mit dem Abwesen was soll die Einwesen machen dann muss er auf den Boden es geht mit den Abwesen okay du hast gleich gewonnen jetzt ähm Franklin Cool Burst was zur Hölle du solltest eigentlich weiter da drauf drücken achso Entschuldigung ich dachte du fährst jetzt in die Lava das wäre das Schlimmste ja Essen weißt du sicher ja Dakiaki warte kann er sich auch in dich selbst nicht umbringen Niemals und die Sonne aber dieser Angriff von ihm ist zu heften hey ah ja ich kann ich habe zu viel Gift bei mir ich leise auf die Toilette selbst eine Ratte wird böse wenn man sie eng treibt er sagt nicht immer wenn er das auf die Toilette geht mit keinem Angriff ausschalten ja stimmt er hat immer so ein Durchfallprobleme gab ich weiß nur vielleicht warte ab der 20 ich glaube jetzt haben wir drei ich bin mir sicher verdammt war das nicht auf Level 26 oder war es irgendwo da leben 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 alles wieder leben Leben ist wichtig das Lockport erhalten das ist ein spezieller Kompass der in die Richtung der nächsten Inselzeit Jürgen zu sind und dann aus die Richtung hinrichtung mir Markelein ist es in der Nähe die doch wie ganz wollen wir nach oben nach unten wir können auch warten hier die speziellen sind ist was wichtiges oder was ist da das ist eigentlich das alles eigentlich zu einem okay dann machen wir das wollen wir ja kommen kommen wir mal zu ja sozusagen die Leute die Leute interessieren sich dafür bestimmt was wir gehen ja nach unten jetzt können ja auch dahin können ja auch dahin Sky Island und alles ist einfach nur so dass es oh ihr Spaß die Werte ist geil also hier verriert weiß ich ich guck mir die Level an Cupe de Pou was macht jetzt mal nochmal Cupe de Pou Cupe de Pou Cupe de Pou Cupe de Pou wie sie dann gegen das war diese du weißt schon von Franky halt wenn er glaube ich im Schiff ist Cool Burst heißt es da oder nicht weiß ich nicht ich bin mir jetzt auch grad nicht sicher wir müssen mal die sind alle so schwach ich weiß kann sie auch nebenbei alle trainieren ja aber das dauert zu lange Mr. Free war nochmal gut ja die war gut ist auch gut von Talashan Minus aber dann ist aber letztendlich als Slims Charakter an sich nicht gut das ist okay dann nehmen wir das Smoker ja aber was passiert jetzt ich habe gebe alles was ich habe hier sollst du dich hier solltest du dich lieber vorsehen ich befehlige 8000 Männer ich geb dir jetzt auch wenn du deinem Leben bleiben würdet aber ich bin ein Mann ich schaffe das ich bin ein Mann kann schon sagen noch alle gegen mich was ach so du sollst dich alle besiegen bevor die 1000 Sunny ankommt war die Aufgabe eigentlich ja ich soll dich jetzt besiegen ja du soll sie besiegen bevor die 1000 Sunny ankommt ach so ich hätte ach okay komm wie du dich alle verprügelt ey das sah ey ich bin nur gut nein Spaß ich bin nicht ich will mich verarschen ich bin nicht genauer ganz sein die kommt immer wieder glaube ich ich bin mir nicht sicher nein du hast geschafft ey ich glaube du hast irgendwas ey du hast alles geschafft ey du hast das ist schwer manchmal die Hilfsdiener müssen erstmal ankommen also wirklich kommen ja du hast alles auf ein aber ey das Leute das müsst ihr sagen das ist heftig gewesen dieser Zug jetzt bitte schreibt es nein doch bitte schreibt es ich muss stärker werden ich muss stärker werden um meine Freunde zu beschützen Wafis Potenzial wurde freigeschaltet das bedeutet riesenwachstum also er kann jetzt ein Kia 3 also wenn wir es kaufen ne ja und das hier ah nein doch nicht guck mal nur das hier jetzt hast du 5 also jetzt kannst du mal 5 oh er kann jetzt 5 oh die Spezialität soll auch mal stark sein ey halt Status Effekte senkt aber Geschwindigkeit das soll ich niemals einsetzen was ist das du kannst jetzt Ärzte im Fenster Piratenteam bearbeiten nennen das kannst du ja bearbeiten für einen Charakter warte guck erstmal Gang 2 erhalten das ist so nur ein Bild so achso was soll ich jetzt grad sagen warte Geimic ich schaffe nichts aber du wolltest irgendwas mit wo wollen wir stehen gehen mit einem Piratenteam ja das ist so du kannst du einen Charakter oder beziehungsweise wenn du kämpfst kannst du diesen diese Funktion wählen was er gerade braucht aber ich will niemals einführen bleibt immer bei der Normalen bleib einfach so was heißt es denn was kann was kann was passiert denn es gibt so unterschiedliche da stand auch verschieden halte aber warum schaffen die das nicht Lüster Level 1 besiege deine Angriff besiege deine Gino ohne Angriff mit Gegenständen und Hilfsfigurungen Level 17 ja also hey das ist so eine Herausforderung ja natürlich er kommt aber bitte bitte wie wir mal sehen erhalte die mal er geht danach aber Schandoras Licht lass uns erstmal soll ich sagen bei der ganzen Nein Lass erstmal den freischalten oder nein ich habe bessere dir lass uns mal hier warte das ist besser hier shop shop ok das müssen wir machen Kampf auf Skype hier besiege deine Gegner oder besiege deine Gegner ja du sollst ihn trotzdem verprügeln warum kann man nicht wo geht es hier hin warum kann man ihn nicht als Figur wählen kann man noch also als Charakter mit dem man kämpfen kann oder ist er zu schwach dafür oder wusste man nicht was für Attacken man machen soll ja die haben einfach so halt einige so einige so kann man nach unten gehen die Musik ist da Leute genießt die Musik wenn ich kann man dies kaputt machen oh what the ah planiert das auf ihr Kopf komm 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 warte gleich Robin jetzt mach ruhig ups und hier soll sein oh shit er wechselt ah doch nicht nein 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 alles läuft schief jetzt nein hier nein nein hier ist die witzigste ich habe sie einfach warte und und zack jetzt war die Aufnahme ich habe noch extra rauf gedrückt ne gut nie von hilf zu erwischt worden sollen wir das kurz machen schnell damit wir den Geheimdiener kommen Leute ich mach das schnell es dauert nicht lange nichts ist unmöglich wenn omnipotenten Gott wie ich jetzt bin ja zie ich mir zum Rot man omnipotent das haben in den Bio gehabt das ist ähm ja Spaß ich hab einfach Krebs gesagt yeah nein das ist so ein Krebs hallo das Tier nix macht wirklich ja ich weiß aber ich dachte mal das andere machen manchmal ehemal ja ich wollte weil die hier damit ihr nehmen 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 aber es ist überspringen ja so überspringen das haben wir ja schon alle gesehen ok die Masse ist schon also das niemals ihre Hilfsfigur rufen lassen so zu sagen oder einfach besiegen was ist da unten eigentlich nichts besonderes also fürs erste nichts scheiße runter ja kannst du gleich wieder wiederholen einmal noch weil so so das ist das ist dann hätten sie gleich nur die oberen da gibt es noch das ist erstmal so unbeschränkt bis sie sind ja komm werf sie runter aber die sagt nicht ihre warte sollen wir deine nerven ok neuer versuch neues glück ich habe noch angegriffen wir können auch egal noch mal der letzte versuch da muss es schaffen musste wenn nicht dann bin ich dran dann verbringe ich das unmögliche ich wusste es dann kann man nicht anbieten ok was hat sie eh nein ok flieg weg man flieg weg keiner vermisst dich soo endlich man warte wege verteidigt wurde zweimal ey das kann man richtig schnell machen ja aber es ist wirklich schwer den Gegner einzusitzen ja ich kann das schon ich hab schon ausprobiert dann machen wir noch so dann ist es ja alles aus den Tenten war noch was ist mehr Koteletz als die Fresspiraten sind die Fresspiraten oh mein Gott ich weiß ob wir schaffen das ist richtig ich glaube es ist schwer das was denn ich weiß nicht ist ganz unten ja ich glaube du soll 20 Koteletzen oder für den anderen jetzt keine Koteletz haben vielleicht das riechst so gut ey du hast mohoho ich möchte einen Kanonkugelfrapp er ist nicht er ist nicht auch unseres ihr Schweine ihr Hater wir sind die Fresspiraten egal wie viel ihr habt wir fressen alles alle mann bereit zum kämpfen ach du scheiße mann ist der Typ bei ihm achso nein ach wir sind echt so schnell achso da unten gehts weiter ja in das Lobby und so das ist schwer aber die haben schon wo sind die Koteletts da da du holst schwer mein Kotelett 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 wo ist Kotelett oh okay du hast bekommen oder nein hier so wie Pech ne das ist schwer jetzt hab ich sogar noch eine SMS bekommen SMS bekommen wie vor allem jetzt so eine E-Mail hey hey ne jedes Mal bei seinem Letzbär er kommt er kriegt immer eine E-Mail einmal so ich will wissen warum okay du hast vier ich weiß noch so wo die sind aber man aber nur wo die auftauchen das sind da sind zu zweit da egal schaffst du nicht mehr lass mich dann mal gemacht du solltest okay denn 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 wartet okay kurze Pause gemacht aber muss die macht die zwei Malen haben die es jetzt einmal von Gürt haben die es jetzt einmal von Gürt haben die es jetzt einmal von Gürt sicher egal komm weiter und ich hab schon da hinten ist etwas bestimmt okay guck ich hab doch gesagt was ey Leute diese diese Aufgabe ist echt extrem weil die Bastard richtig zusammen kämpfen ey die haben schon einen weil jetzt haben die zwei ja fick dich Ace jetzt ja komm komm nicht mit der Gammel komm nicht mit der Gammelfleisch da ist auch noch eins hat der gerade das Fleisch nach unten geworfen warte hast du das bekommen Computer nein ey man das ist richtig behindert was soll ich mit der Lockpot man sie kannten kein Gammelfleisch als Fleisch gelten hier ey okay du kannst gleich wiederholen mach wiederholen ich will das ich will das noch in diesem Part noch schaffen wirklich das ist ich will das nicht der letzte der letzte Versuch nur der letzte Versuch muss immer zilden ich glaube unten wie kann man nur so wie Pech haben er ist echt glücks da ja da 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 Fleisch ey lass mich um die Ruhe bitte gut so sonst du musst echt am Anfang mehr haben ja ja fickt euch da was kaputt was kaputt das ist weg das war Gammelfleisch ja sonst dummköpfe verdammte dummköpfe Fink ja man gewonnen warte gewonnen gewonnen ja verdammten Spaß dies nein nicht Jürgen wie knapp alles sechsmal wahrscheinlich weiß ich nicht egal wie es wird es geschafft kann nicht zum Schatten wahrscheinlich wieso nicht das war der ganz unterweiten Geheimweg und ich habe die Götzungen vielleicht Glück gehabt der geht ja vielleicht hier auch okay Glück gehabt der es gehört noch zum Geheimweg ja der Gang anstehen genau das was ich haben wollte 3.000 Welten das ist eine Stecksattacke komm mach ich hab eh kriegen was so Giftwolke lass erstmal sparen für die wirklich guten Piratenkodex ähm entweder ist es auch eine andere Attacke für ähm Frankie speichern und wir sehen uns das nächste Mal tschüss wirklich?